So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Heute war der Flugforschungstag, also der Feldforschungstag in Bezug auf Flug-Pokémon. Warum sage ich heute? Weil ich dieses Video am Samstag aufnehme, ich das Video aber für euch für Sonntag dann erst rausbringe, denn ich möchte, dass der Männertagsvlog der Freitagabend als Premiere kam, 20 Uhr, im Vordergrund steht, noch gesehen wird, dass da ein paar Leute nochmal reinschauen, weil wir haben uns jetzt nicht total sinnlos betrunken, wir haben eigentlich eher gegrillt und gechillt und gerade diese verschiedenen Methoden, das Bier zu öffnen, das fand ich eigentlich ganz cool so gemacht. Es war recht lustig, es gab viel zu sehen, besondere Sachen, diese Chili-Bratwüste waren einfach der Hammer. Thomas war am Start, Schenaya war am Start, sind extra die lange Fahrt gekommen, 12 bis 16 Uhr. Dass sie vier Stunden dann zusammen grillen können und essen können und Spaß haben können, also danke auf jeden Fall da. Wer das noch nicht geguckt hat, guckt euch das ruhig mal an, den Männertagsvlog, der am Freitagabend 20 Uhr kam. Deswegen werde ich auch am Samstag heute dieses Pokémon-Video nicht raushauen, sondern erst am Sonntag dann 15 Uhr. Ihr habt fleißig natürlich hier Flug-Pokémon gefangen, ich möchte mich beim NetGhost bedanken, denn der NetGhost hat mir wieder mal ein Ticket geschickt, das Ticket für den Flugtag, damit ich diese besondere Forschung habe, die ich beim letzten Mal ja verkackt habe. Da habe ich halt nur diese erste Seite gehabt, wollte die dann im Ausbeute-Video abholen und dann ist es passiert, als ich es abgeholt habe, ging plötzlich eine zweite Seite auf, beziehungsweise musste man dann auswählen, welches von diesen Elektro-Pokémon man ganz cool findet. Diesmal habe ich daraus gelernt, ich habe also die erste Seite gelöst, konnte mich dann entscheiden hier zwischen Dodu, Habitag, Huthut, Geronimatz, Schwalbini. Ich habe ja schon im Infovideo gesagt, das sind alles jetzt keine richtig krassen Pokémon, nichts davon ist wirklich nützlich oder kann irgendwas, aber für mich ist Geronimatz das seltenste von denen, der am spätestens dann auch als Shiny eingeführt wurde oder so, der halt irgendwie noch was Besonderes darstellt, deswegen habe ich mich auch hier in der Forschung für Geronimatz entschieden, habe dann nochmal 10 Begegnungen mit Geronimatz, die ich auch jetzt gleich live hier im Video abholen möchte. Hier oben ist noch ein Pikachu drin, von dieser hier alte Freundin, neue heftige Dudes-Forschung und ich habe nochmal drei Sachen von den Feldforschungen hier, was ich auch gleich abholen möchte. Also danke Annettghost für das Ticket, wir gehen mal kurz rein. Ich muss mal schauen, ich habe ja nicht so viel gespielt. Gleichzeitig schläft Pupsi immer mit offenem Fenster, ich habe ein richtiges Kratzen im Hals heute gehabt, seitdem ich früh aufgestanden bin und jetzt merke ich, ich habe mich schon wieder erkältet. Immer wenn es draußen richtig gutes Wetter ist, richtig schön, rennt der Ramses mit einer Erkältung rum. So irgendwo, wo die Kabukime waren von gestern, war mein letztes Ding. Ich habe angefangen, das waren ja die fünf Pokémon zur Auswahl, auf der ersten Seite dann von der Forschung Habitak, Geronimatz, Huthut, Dodu, Schwalbini. Die kann ich euch mal kurz zeigen, wie aus der Forschung diese fünf ausgesehen haben. Das Habitak hatte drei Sterne, das Geronimatz hatte drei Sterne, das Huthut hatte zwei, Dodu, zwei, Schwalbini, sogar ein 98er mit drei Sternen. So, dann habe ich mich eben für Geronimatz entschieden. Insgesamt kann ich jetzt mal kurz gucken, war denn ein Hunderter dabei, bei den gefangenen Pokémon? Nein, von den Gefangenen gab es heute kein Hunderter. Gab es was Kleines? Wir haben hier ein Habitak in XXS, also ein richtig kleines, flauschiges, drei Sterniges. Haben wir was Großes gehabt? XXL. Da haben wir auch nichts. Das können wir also auch wegpacken. Und dann gucken wir einfach direkt auf die Shinies. Machen es eigentlich gar nicht spannend, sondern gucken direkt drauf. Und ich sehe, oh, ich sehe jetzt schon zwei grüne Dodu. Und wem das noch nie aufgefallen ist, dieses Dodu hat einen schwarzen Hals, denn das ist männlich. Dieses Dodu hat keinen schwarzen Hals, denn das ist weiblich. Falls ihr da noch nie drauf geachtet habt, das ist der Geschlechtsunterschied bei Dodu. Ich habe also sechs Shinies heute bekommen, angefangen halt mit diesem männlichen Dodu. Kann ich jetzt auch mal bewerten. Hier drei Sterne, recht gut. Ja, okay. Dann Hut, Hut, das Gelbe. Das finde ich auch richtig schön. Bei Geronimatz habe ich mich gefreut, weil der ja trotzdem relativ selten immer war in der Vergangenheit. Und ein besonderes Pokémon Schwalbini gab es auch. Nochmal ein Geronimatz in Shiny und nochmal ein Dodu. War dann jetzt eigentlich was dabei, was es nicht gab? Habitak. Also ich habe alles bekommen, bis auf Habitak in Shiny. Ist okay, oder nicht? Kann man doch mal machen. So, bewertet habe ich sie auch alle. Und jetzt möchte ich mal kurz hier abholen. Vielleicht ist hier ja jetzt noch was dabei. Wir haben jetzt Hut, Hut. Merkt euch, mit was es anfängt. Ich will es nämlich alles jetzt abholen. Und dann möchte ich es aber bewerten. Hier ist auch ein Hut, Hut drin. Ich hoffe nicht, dass es dasselbe ist. Ne, 266, 268. Da sind zwei verschiedene. 282. Jetzt sind es drei verschiedene. Zimmer mal einfach mal drauf. Gehen hier durch. Gehen zu Events. Ich hätte mir den Pikachu anfangen sollen. Das Pikachu als erstes. Jetzt weiß ich die drei Hut-Huts. Vor dem Pikachu muss ich noch bewerten. So, jetzt kommen meine zehn Geronimats, wo ich eigentlich ja keinen Shiny brauche. Weil ich zwei Shiny habe. Es ist jetzt eigentlich nur um das Höchste geht. Vielleicht ist ja ein Hunderter dabei. Mal gucken. Laut jetzigen Stand, wenn ich jetzt hätte noch wählen können, was ich haben möchte, dann hätte ich in dem Stapel wahrscheinlich mich für Habitak entschieden. In der Chance auf zehn Habitak-Begegnungen für einen Shiny Habitak. Damit ich alle Vögel, sind schon da, singen kann. Und alles, was zum Feldforschungstag kam, dann eben... Adi nicht. Nein, du sabotierst wieder die Aufnahme. Der Adi nämlich hier auf die Tastatur hüpft. Oh, Shiny. Noch aus der Forschung. Okay, nehmen wir mit. Der Adi ist nämlich letztens auch auf die Tastatur geklettert. Ist auf diese Leertaste. Und dann ist die Leertaste, hat die einfach das Video beendet. Also die Aufnahme. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, habe die ganze Zeit weitergeredet. War Quatsch. So. Vielleicht hätte es also sogar funktionieren, wenn ich mich für Habitak entschieden hätte, dass unter diesen zehn Begegnungen zehnmal Habitak rauskommt, eins davon Shiny ist und ich damit alle Vögel in Shiny bekommen habe an diesem einen Feldforschungstag. Es gibt auch wieder Showcases. Ich hätte es sehr gut gefunden, wenn diese fünf Vögel in den Showcases sind, random, und nicht, dass sie einfach wieder sagen, es ist Showcase mit Typ Flug, sodass jeder wieder seinen Rai Quasa reinsetzt. Und wenn du halt keins hast oder dieses größte einmal schon genutzt hast, dann war es das. Ich finde es eigentlich schöner. Früher waren die Showcases so, du hast das Event an dem Tag gespielt und wenn du an dem Tag ein XXL bekommen hast, dann hast du das in den Showcase rein und das war es. Und jetzt, die Leute müssen gar nicht spielen, die setzen ihre alten verdammten Pokémon von früher rein, ihre legendären, die der hier noch nicht mal wirklich hat, der Account dann, und dann gewinnen die halt einfach, obwohl die gar nicht spielen müssen. So. Jetzt ist auch mein Beutel voll, wie man sieht. 11.150. Ich habe meinen Beutelplatz jetzt schon eine Zeit lang nicht erweitert, weder die Pokébox noch die Itembox, denn ich spare momentan, ich bin schon bei 1.619. Ich spare momentan für das Go-Fest. Da möchte ich dann gucken, ob es eine coole Raidbox gibt, wo ich mir ein paar Raidpässe gönnen kann. Das ist ja alles, das ist ja alles Rotz, was da gerade drin ist. 20 Pässe, aber kostet 3.100. Kann ich mir nicht leisten. Denn wir wollen ja in Gera Raidtouren machen. So, was wollte ich genau? Ich wollte gucken, ab diesen drei Hut-Hut, jetzt nochmal schnell durchbewerten. 2 Sterne, 2 Sterne, 3 Sterne. Pikachu auch, 3 Sterne. Und jetzt Geronimatz. 620, 3 Sterne. Ich will mir nur kurz so gucken. 627, 633 wäre das Höchste und ist auch das Letzte. Also es wird spannend. 610, 17, 627, hat schon zwei 15er-Werte. 616, 621, 624, 623, 608, 630, hat 14, 14, 14, dann hat er 633er vielleicht ein 15er und zwei 14er-Werte. Aha, da ist es nämlich schon. Ein 15er-Werte, nämlich Verteidigung und zwei 14er-Werte, Angriff und KP und das war es dann. Dann ist das, glaube ich, das beste Geronimatz, was ich habe. Brauche ich aber eigentlich nicht. Kann ich eigentlich wegschmeißen. Und da ich jetzt noch das eine Shiny bekommen habe, habe ich also heute sieben Shinies bekommen. Dreimal Geronimatz, zweimal Dodo, Spabini, Huthut und das war es. Beutel ist voll, muss ich gut ausmisten. Das ist das Sonntagsvideo am Samstag aufgenommen, damit es am Samstag nichts gibt. Jörg hat ja eh gesagt, früher war das mal ein Pokémon-Kanal. Das heißt, damit Jörg recht hat, müssen wir weniger Pokémon-Content bringen. Jeden Tag habe ich ein Pokémon-Video hochgeladen. Jetzt Samstag habe ich absichtlich einfach mal keins hochgeladen, damit der Jörg recht hat. So, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis euch ein Bieser auf Vorhaut. Euer Ramses. Wie war eure Ausbeute? Schreibt es mal unten rein. Wie fandet ihr den Tag? Die meisten Aufgaben fand ich übelst nervig. Immerzu mit hier Lauf drei Kilometer, damit du zehn Bonbons kriegst und dann mach hier Power-Up, mach da Power-Up immerzu Curve, Bälle, Bärenfüttern. Okay, gut, Bärenfüttern war auch nervig, weil ich die Nanabären immer wegschmeiß und dann kriegst du immer zur Aufgabe mit Nanabären und du hast keine. Du musst erst mal wieder 30 Stops drehen, damit du drei Bären hast, die du füttern kannst. also, ja, keine Ahnung. Also, Forschungstag, okay, lieber Sea Day, aber am liebsten Raid Day. Peace out for Haut, euer Ramses. Peace out for gaat. Peace out for .